Wir können jetzt mal neue Sachen machen, als nächstes die Axt, weil ich weiß immer nicht, was da so raufkommt, ne? Was kommt so auf der Axt rauf, meine Freunde? Sagt mal kurz. Was kommt alles auf eine Axt rauf? Weil ihr geht euch ja raus, was man so drauf haben muss. Weil die Axt kommt ja als nächstes. Was kommt da alles rauf? Schreibt mal rein. Natürlich alles 10. Die erste Version wird alles 10 sein, ist jetzt egal bei was, ne? Die erste Version wird alles 10 sein und dann wird das immer ein bisschen gedroppt. Schärfe, Effie, Mending, Haltbarkeit. Nope. Effie, Glück, Reparatur, Haltbarkeit. Ne, ist auch falsch, ne? Schärfe, Effie, Mending, Haltbarkeit. Schärfe fehlbar. Also Glück braucht man nicht. Wieso braucht man bei Axt keine Glück? Nix, nix Glück. Effie, Reparatur, Haltbarkeit. Effie, Schärfe. Was ist Schärfe? Schärfe. Was ist Schärfe? Schärfe, das war aber das gewesen, glaube ich. Ja, Schärfe. So, man kann Glück oder Berutsamkeit. Okay. Ja, Schaden. Ich würde sagen, wenn ihr da Glück drauf machen wollt oder Berutsamkeit, das könnt ihr dann selber drauf machen, ne? Aber ich sag ja immer wieder, ich würde die Sachen nicht verändern. Ne, die Spezial-Items nicht verändern, weil ich mache aus den Aktionen mache ich noch was cooles draus. Und wenn ihr denn die Sachen verändert habt, ne? Dann gibt es da auch kein, ne? Dann gibt es da auch kein, ähm, aber, ne? Ich habe die verändert, ich möchte jetzt, äh, ne alte haben, ne? Das geht ja nicht. Aber das heißt ja, dass ihr den verändert habt. Ne? Ähm, also ich sag's immer wieder, bevor ich das euch gebe, verändert das nicht. Weil es, ähm, wird bald, äh, was cooles, äh, daraus gemacht, mit den Sammler-Items. Für die, die halt das, ähm, Schwert in, ähm, Nesa gemacht haben, haben auch schon verkackt, ne? Klar. Ne? Die das Schwert in Nesa gemacht haben, ähm, haben auch das, ähm, Item verändert. Das ist dann natürlich dann auch, dann, auch blöd, ne? Für euch. Ihr habt dann auch verkackt bei der Aktion. Ah, ist nicht viel passiert, Melina. Alles gut. Ah, Glück drauf, die meisten, ähm, wollen Glück. Hab ich nicht gelesen, nice. Ich hab nur, nur du hast geschrieben, Glück. Also Glück hab ich jetzt nicht gelesen im Chat. No. Wir machen grad, ähm, ähm, wir machen grad die Axt. Aber vier Sachen reichen immer drauf, ne? Miriam, moin. Wofür braucht man Glück auf eine Axt? Das ist da nice, braucht man gar nicht. Und wie gesagt, Glück kannst du ja selber eine Axt machen mit Glück. Könnt ja selber Glück immer drauf machen. Also nicht auf der Axt, aber auf der normale Axt, ne? Das ist da einfach keine achten. Das heißt, kein Problem ist. Die, die Axt soll, ähm, 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 Sachen drauf haben, ähm, 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 Melonen abbauen. Ja, das kann es dann mit einer normalen Axt, nice. für willis ja das kannst du mit normalen axt einfach eine axt kraft und dann da glück drauf machen geht ja auch so dafür brauchst du aber die op axt also die op sachen sollen ja effizient sein für die was man auf den sachen drauf haben will nicht die spezielle sachen nicht alle bauen damit melonen ab wie du ne und wenn du machst du einfach extra geht es ja auch so ganz vergessen meine freunde es wird jetzt auf discord ich werde das jetzt live machen habe ich ganz vergessen habe ich jetzt heute zu euch zu sagen ich werde mal kurz gucken wo ich den channel mache den mache ich jetzt mal kurz live bei gaming bereich machen wir jetzt alles neu gemacht die ankündigung etappe alter falter machen wir mal abstimmung abstimmung mein kraft noch mal hoch schieben noch nichts rein schreiben in den chat natürlich in den dingen das machen wir mal unter oder machen wir mal unter unter gaming chat ist ja nur für bis zum wochenende so hier eure ideen und wünsche mit einem satz nein aber ein aber eben 7 neben uhm 5 zack so meine freunde für alle die ideen haben oder vorschläge oder wünsche auch wenn ich da schon gesagt habe das kommt nicht rein weil ich das scheiße finde könnt jetzt alles auf discord unter dem game chat mit einem satz hört genau zu mit einem satz bitte erläutern okay das heißt zum beispiel nächsten ich weiß was du reinschreiben willst du möchtest das packen haben mit ein dings abfällen bitte das nur reinschreiben nicht wieso weshalb warum du es haben möchtest einfach nur den vorschlag machen weil diskutiert wird am wochenende weil ich möchte sein hatte natürlich dann raussuchen die punkte und dann ist es vorbereiten kann nicht reinschreiben du möchtest was drin haben weil das ist dann so das dann so und na und auch nicht die anderen diskutieren einfach nur reinschreiben ein wunsch und dann ist fertig und nicht diskutieren im chat das wird dann am wochenende passieren genau könnt ihr in den channel reinschreiben testet mal könntest du mal ein turnier machen wäre super cool relevant abi dann spiele ich dann mal relevant ich habe mal gespielt auf der kurzen aber nicht mein haupt game habe ich erstens die spieler nicht zweitens ich weiß nicht wie man natürlich ich habe da die ich bin da nicht so drinnen wenn du wendt noch und lego fort heißt denn der discord ausrufezeichen discord lego fort nein was war jetzt eigentlich mit einem plot lego weil du meinst du sollst umziehen nur löschen das war das sind kannst du aber was wolltest du machen wo ist das unter game chat sollte man den finden den channel und wird jetzt geschrieben wenn du ein turnier das geht um mein kraft leute leute wer ist dieser karot war keine ahnung wer ist dieser co3 es geht um mein kraft und nicht um andere spiele welche version ist der server alles komplett also die welt der servers version 120 also 124 aber kann es auch mit anderen sachen rauf eine mit anderen version kann nichts abstimmen ich bin doch glaube ich nicht in den da ist dein spot alles egal es geht auch nicht zum abstimmen meli das das passiert im stream es geht nur um vorschläge wenn du eine idee hast für den server einfach da rein rein schreiben kurze knapp keine keine märchen oder keine romane schreiben einfach nur reinschreiben worum sich es handelt und genau doch ist ganz oben bei mir genau ganz oben einfach rein schreiben am ausgesehen mein kraft so auch hier mehr muss da nicht rauf auf die auf die aktie meine freunde nena das ist das wichtigste genau sehr schön dann haben wir jetzt erst mal das ich nehme an den kram und jetzt brauche man einen namen für die akt 20 was 20 jetzt um einen namen 20k wie soll die akt heißen leute die mächtige axt na mächtig haben wir ja schon gottlose axt gottlos haben wir auch schon muss schon anders heißen nicht so wie das schwert und wie die spitzfacke motorsäge dumme axt die dumme axt genau äh ara bohrer ara bohrer können wir auch arsch bohrer nennen arsch bohrer kacke axt mir ist es royal mir gibt es die axt nicht im teutel es ist ein royal also hat das heute keine axt haben ok motorsäge ist passend motorsäge was hat dann ok weil man mit der mutter säge auch wenn bäume fällt aber die mutter ist ja nicht automatisch marci rücken kratzer ohne mein name ohne mein name mal axt einfach nur axt popel na die popel axt na 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 da gibt es die axt wenn wir da einen namen für haben na man sagen überlegen denn dann gibt es ja vielleicht heute oder morgen einmal schauen andere schaden 14,5 alter alter was macht eine axt die spalte also die spalten axt auch hier spalten axt wäre noch ok verdad axt verdammte axt verdammt axel auch cool war endlich fertig mit der farm sehr und schön was geht ja verdammte axt kenne ich aus dem anderen server da war die aktion gemacht dass die immer wieder zurückkommt aber das haben wir ja bei mir nicht als verdammte axt könnten wir auch machen also spalten axt oder verdammte axt was meint ihr die unbedingt heute haben wollt versand versand axt ok aber mal meine versand axt mit mit der herr oder mit hermes ich gehe mal kurz auf klo und dann könnt ihr ja hier ich bin ich bald offline ihr könnt abstimmen wir machen alles wir machen jetzt immer alles demokratisch wie soll die ihr könnt jetzt anonymen abstimmen immer eine axt heißen bei mir ist es mal relativ wurscht verdammte axt ne was war das verdammte axt ja verdammte axt und alten ax spalten die axt spalten spalten der axt genau wie soll die axt heißen ich bin kurz auf klo und dann könnt ihr abstimmen bis gleich 50 50 50 spalten axt ist höher als verdammte axt ich dachte ich das verdammte axt nach oben kommt ich kenne keine pinke axt oder lila lila wäre 9 vertrauung herum testen leute und verdammte axt 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 das ist so dunkelpink spalten axt regenbogen ja die kommen aber noch rein die regenbogen dinge das wird dann so ein special item geht das nicht mit fünf spalten und 1 in einer farbe machen nicht mit zwei farben eine farbe reicht alle zufrieden naja dann lass mal es dann so sehr schön dann werde ich ein exemplar in die galerie bringen oder drei exemplare auf reserve natürlich nein melina was nein du bist ja die einzigste die nein sagt na hör mal und dann machen wir jetzt auch gleich ein event meine freunde ein kleiner aber feines event so haben wir schon unser drittes item hier sehr schön hier ist auch noch plünderungen drin aber plünderung reparatur schärfe haltbarkeit effizienz reparatur haltbarkeit bei mir klar kannst du ein bisschen länger dauern bis ich das geld über weise überwiesen habe nehmen wir schon gleich bezahlen melina ihr habt doch genug leute ich habe euch sogar das letzte mal war wann war die man war das schwert gewesen weiß ich gar nicht mehr aber letztes war das ja am 23 5 habe ich euch gesagt und da war doch alle da gewesen spart geld weil es nächstes kommt nicht achst wenn er das nicht macht er war schuld denn hauheit wird nicht belohnt ganz einfach hauheit wird nicht belohnt er sich nicht leisten kann hat pech gehabt so zahnkette let's go dann einmal überweisen 30k 61 k2 an bin arm ja das ist halt so ich sag jetzt auch es kommt es geht noch weiter es kommen noch andere sachen aber denn im gewissen abstand wieder eine woche oder so mal gucken oder am wochenende mehr hat dort zeit um geld zu machen das ist jetzt so eine zahnkette willst jetzt doch nicht oder was du willst keine axt haben oder du vielleicht leitet ja jemand geld zahnkette vielleicht leitet ja jemand geld dauert ein bisschen ja aber jetzt nicht lang ich bin nicht mehr lange live na morgen bin ich ein bisschen später live weil morgen geht es auch das geht auch das stream länger aber morgen bin ich ja um 19 mit ghost verbredet und da starte ich dann nicht schon so früh weil ansonsten bin ich am abend kaputt das heißt morgen starte ich den stream erst um 17 uhr ich bin eh morgen vormittags ich habe doch das knast outfit an warum habe ich den knast outfit an morgen schille ich ein bisschen und ruhe mich aus und dann habe ich abends kraft hole geld von bank alles gut leute kann ich mit ein spawner bezahlen muss schon bargeld sein ist das auch schon eine weile drauf was geht da hat es jetzt auch schon genug zeit gehabt geld zu machen weil alleine durch quest kannst du jeden tag 50k machen also hättest du einmal eine daily quest gemacht ne also fünf stück dann hättest du das geld oder sechs ganz easy ne also ich sage ja faulheit wird nicht bequatschen ne ihr habt genug möglichkeiten geld zu machen und das auch zu viel eigentlich meiner meinung nach und wer dazu faules quest zu machen hat pech gehabt ganz einfach da wird nicht verhandelt so assamina 60k ist eigentlich so dass man für das geld hier für die 30k drei stunden spielen muss ist das hast du in 15 minuten fertig das geld theoretisch ne machst du zweimal baum quest hast schon 10k machst du steine farmen hast du schon 15k dann machst du noch den apfel abgeben hast du 20k was gibt es noch einfacher quest da hast du schon 20k ne dann machst du kurz weizen abgeben oder sonstiges hast du schon 30k dauert 15 minuten rosa stimmt die rosa bei chantal auch noch mal fünf gar wenn brot backen bei man kann 50 karl in einem stunden machen jeden tag theoretisch noch das wird er bald geändert so nächstem 60 kam sehr schön wird jetzt noch bezahlt fangen 60 k ich sage immer wieder macht geld leute es kommt öfters noch items aber ihr habt jetzt die möglichkeit die axt natürlich auch wieder in casino zu gewinnen na melena hast jetzt money drauf du kommst irgendwie nicht hin okay an die quest habe ich nicht gedacht ja 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 da kann ich auch verstehen 30k sehr schermina kann ich auch verstehen weil man also was auch nicht denkt na vielleicht wisst du auch viele nicht die jetzt mal drauf kann dass es gibt weil ich das auch nicht immer immer sage aber es kommt da bald eine quest reihe dass man denn da denn dann sage ich nur halt wenn man raufkommt hier geht es dann los mit den quest also ein mpc und er führt euch dann komplett rum wo die ganzen mpc stehen aber das dauert auch noch bis ich das fertig habe aber man weiß auch nicht wie die ganzen quest stehen weil du wüsstest jetzt auch nicht wo die chantal steht oder weiß wo die chantal steht woher wüsst du auch wissen wo die steht das ist immer halt nur so eine sache ist halt nicht wo die chantal steht die jute chantal war es jetzt so viel geld her geholt zahnkette betrügst du hier ihn hat sie kein geld gehabt und jetzt hat es auf einmal geld du plizierst du irgendwo hier in der ecke das geld oder was ist doch gar nicht gar nicht so arm ne müsste die erst mal suchen steht am leuchtturm einer fahrwelt 1 also fahrwelt hat also der fahrwelt ohne easy aber wie gesagt was geht jetzt weiß es ja macht geld es kommen noch mehr items rein du kannst mir den quest noch kannst du mit den quest noch jeden tag mindestens 50k machen und das dauert gar nicht so lange weil die quest ziemlich easy sind alleine die beiden baum quest abholzen dauert vielleicht zehn minuten fünf minuten keine ahnung ein äpfel abgeben bei farmer willi das ist jetzt auch in einer anderen fahrwelt eine kurze der verkauf abgeben hast du 5000 ein steine fahren und wie gesagt wenn man die jeden tag macht es auch langweilig irgendwann klar aber dafür gibt es ja doch jetzt nebenbei noch dieser job zum geld verdienen genau das nächste item kommt dann frühestens erst am wochenende also in 1 2 3 4 3 4 tagen aber denkt man erst nächste woche wieder kann ich woche strafe jetzt machen du willst du strafe machen freiwillig okay kannst du machen oder hast du noch eine strafe offen hast du noch eine strafe offen geld immer noch in meine kraft habe offen echt strafe offen was war quasi nur leute wegen kleines springen stimmt klein ja klein aber fein so wie sieht es denn aus hier ist schon alles leer hier war alter falter aber auch schon leer hier war und auch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zone So Warten wir doch schon wieder So heute Auch gewinnen Halten die Axt Viel Glück Ich lese gleich Shit Leute Erstmal hier fertig machen So Haben wir alle ready meine Freunde Viel Glück Oh Simons auch am Start So Kriege ich meine Sachen Was hast denn jetzt verloren gehabt Simon Du musst mir ja noch sagen was du verloren gehast Das weiß ich ja nicht So Untertitelung des ZDF, 2020